Ich heiße Nicolas, ich bin aus Spanien und Vielfalt für mich ist, frei zu sein, dass mehr als eine Person von verschiedenen Kulturen oder Ländern machen können, was sie wollen und nicht eigene Grenzen haben. Und dass sie auch ihre eigene Meinung frei sagen können oder dass jemand sie einfach fragt, nein, so darf sie nicht sagen, dass wir einfach frei sind.